Oh mein Gott, er hat den wirklich auch für uns, exklusiv nur für uns. Tut mir leid, ich trete nicht auf, hier ist mir zu viel Publikum. So ein Volltrottel, also echt, hey. Ich habe ihn engagiert und der will gar nicht auftreten, es ist ihm zu viel Publikum vorhanden. Was sagt man denn dazu? Für was bezahle ich ihn? Was?